servus leute power büro am start heute haben wir für euch die neuheit 222 gab es glaube ich auch ein bisschen früher ich habe einige videos gesehen unter anderem vom effekt wenn du das video schaust grüße in den osten weil die ihr zuerst gesehen jetzt testen wir sie auch mal sah dem video sehr geil aus haben wir uns gegönnt eine der wenigen sachen die wir dieses jahr im discounter gekauft haben aber ich denke die lohnt sich genau so legen wir los haben erstmal die großen aufgebaut hier also es gibt zwei mal blau zwei mal schwarz einmal lila oder rosa genau und dann einmal die gelbe ich würde sagen wenn man erst die zwei einzelne genau nur einfach drin sind damit zusammen machen oder dann die lila das hätte ich nicht da war mega gut auch zerleger ist ordentlich die rum echt gut 14,4 gramm haben wir glaube ich hier drin jetzt die mama die zu gleichzeitig genau das war die schwarze design coole effekt also überzeugt mich bis jetzt sehr muss ich schon sagen bin ich echt fast traurig dass nicht noch ein set mitgenommen habe so jetzt haben wir zweimal die blaue close rocket was für crackling wolken da rauskommen alter schwede also bei raketen ist das ja wirklich besonders schwer so ein crackling effekt hinzukriegen generell überhaupt die effektmenge hier oben zu haben genau jetzt bereit mir noch mal die fünf phantom raketen vor die sind auch jeweils also drei blaue und zwei schwarze und dann gehen wir über zur zündung ja man erst die zwei schwarzen phantom raketen schauen wir mal was dafür effekt drin steckt mit heulaufstieg sogar mega ne die machen laune diesen ist auch heute und jetzt zum schluss noch mal die drei blauen phantom raketen eine will ich auch so oder kannst auch zwei dann mache ich eine wirklich geniales set ist echt eine krasse bereicherung für discounter und supermarkt das ist wirklich wirklich gut was ich auch gut finde übrigens da sind keine kappen an den zündschnüren dran also man muss nichts abmachen kein plastik sehr gut gelöst beziehungsweise gar nicht dran gemacht ok grüße gehen noch mal raus an effekt also das set kann wir können wir euch wärmstens ans herz legen ist echt richtig gelungen super effekte schöne zerleger auch heulaufstieg dabei also mehr geht nicht in dem sinne schreibt uns in die kommentare wie ihr das set findet und bis zum nächsten mal tschau mega gut oder ja man